Jetzt kommt Werbung! Ein Stück Glück, wo immer sie sind. Die neue Rittersport Edelvollmilch. Legendäre Begegnungen im Pokémon-Sammelkartenspiel HeartGold und SoulSilver. Fantastische Pokémon-Legenden und Pokémon Primus. Pokémon-Sammelkartenspiel HeartGold und SoulSilver. Ab jetzt im Handel. McDonalds Happy Meal, hier beginnt der Spaß. Jetzt mit vier heißen Hot Wheels und vier stylischen Hello Kitty-Spielzeugen. Da-da-da-da-da! Neu von Lego Ben 10. Zeit für Helden! Mit den baubaren Aliens von Lego Ben 10. Baue Froster und Schlammfeuer. Wahnsinn! Sei Spider-Monkey oder Chromastein. Und hilf die Welt zu retten. Neu die Sets von Lego Ben 10 Alien Force. Neues aus der Familienmolkerei Ermann. Wir haben's geschafft! Unsere Wunschsorten haben gewonnen! Ha! Hier! Und hier auch! Lecker! Von ihnen gewählt. Die Almigurtsorten des Jahres. Nur von Ermann. Keiner macht mich mehr. Oh nein! Nicht meinen Divi! Mit deinem Lieblings-Pokémon an deiner Seite erlebst du ein Riesen-Abenteuer. Fängst wilde Pokémon, trainierst sie und duellierst dich. Und mit dem neuen Poké Walker sammelst du Erfahrungspunkte, findest Items, kannst Pokémon fangen und mit Freunden tauschen. Schritt für Schritt erlebst du Pokémon wie nie zuvor. Wuhu! Wuhu! Los geht's mit den WM-Magneten zu deinem Mino-Fußball-Welt. Frankreich! Frankreich! Südafrika! Südafrika! Deutschland! Und viele weitere WM-Länder-Magnete. Der Kick zum Sammeln. Nur bei Fruchtzwerge. Werbung raus! Es geht weiter! Diese Helden kennt ihr ja schon. Oder etwa nicht? Ja! Das sind die Superhelden aus der Disney-Time. Das ist ja prima! Okay! Südafrika! Doch jetzt wird der Sonntagvormittag noch abgedrehter. Wow! Noch heißer. Ich seh wirklich nicht so edel aus. Noch verrückter. Du bist so witzig! Seid ihr bereit für die Zukunft? Das ist ja so galaktisch! Seid ihr bereit für die Disney-Film-Parade? Disney-Time! Und danach neu die Disney-Film-Parade. Heute Vormittag bei Kabel 1. Der Bienenstock will uns. Die wollen uns alle machen. Der Angriff ist durchorganisiert. Das wurde geplant. Ben, halte dich fern von ihr. Ich kann nicht fassen, dass du sie im Stich lässt. Wegen ihres Vaters. Sie hat uns eine Falle gestellt. Du glaubst mir doch, oder? Immer geht es nach deinem Willen, Ben. Ich muss was tun.